Modedesigner, Stylist oder Eventmanager? Für viele sind das absolute Traumberufe. Die Burschen und Mädchen der Modeschule Hallein sind ihrem Traumjob schon ein Stückchen näher. Denn die Ausbildung an der Halleiner Modeschule ist in Österreich einzigartig. Beim Tag der offenen Tür zeigten uns Schüler und Lehrer, was ihre Schule so besonders macht. Damit Outfit, Make-up und Haare sitzen, braucht es Zeit und eine solide Ausbildung. Drei Schwerpunkte bietet die Modeschule Hallein. Neben Modedesign und Grafik und Hairstyling-Visagistik und Maskenbildnerei gibt es noch den dritten Bereich, Modemarketing und Visual Merchandising. Sie sind die kreativen Köpfe hinter der Schaufenster- und Ladendekoration. Man lernt eben die Theorie, wie man am besten Kleidung präsentiert und wie man das umsetzen kann. Aber der größte Teil von dem Fach ist eben praktisch. Also man arbeitet sehr viel selbstständig und macht eben ein Research und eigene Skizzen. Und das ist eigentlich schon sehr praktisch hier. Der Unterricht in diesem Ausbildungszweig ist teilweise auf Englisch. In der vierten Klasse entwarfen die Schüler Modelle zum Thema Origami. Eines davon wurde original umgesetzt. Die Ausbildungsmöglichkeiten an der Modeschule gibt es österreichweit so, nur in Hallein. Unsere Schüler kommen aus ganz Österreich, weil wir eben wirklich einzigartige Bildungsangebote haben. Die internationale Modeklasse, das nachhaltige Modedesign-College und auch die Hairstyling-Schulform sind Bildungsangebote, die es nur bei uns gibt in Österreich. Und deshalb haben wir auch ein Einzugsgebiet, das ganz Österreich und natürlich auch das benachbarte Deutschland umfasst. In den oberen Stockwerken der Schule üben die Schüler an Puppen mit Echthaar. Absolventen des Zweigs Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei können später unter anderem einen eigenen Friseursalon eröffnen. Die Schule bietet das, was der Beruf derzeit erfordert. Also das ist wahnsinnig umfangreich, die Ausbildung. Und also ich bin überrascht, was da alles geboten wird und wie sehr es der jetzigen Zeit, den jetzigen Zeiterfordernissen entspricht. Die Schüler der Modeschule Hallein lernen auch, wie eine Wunde geschminkt wird. Das perfekte Äußere liegt eben im Auge des Betrachters. Es wird wirklich darauf geachtet, auch bei den Lehrplänen, bei den verschiedenen, dass wirklich das vermittelt wird, was dann auch in der Wirtschaft gebraucht wird. Und das ist für uns auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig. Knapp 400 Schüler absolvieren derzeit die Modeschule Hallein. Seit Herbst 2017 können auch Erwachsene mit Matura oder Studienberechtigungsprüfung das Colleg der Modeschule besuchen. Eine Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg. Bei uns ist es bei den meisten so, die haben vorher irgendwas anders gemacht und haben immer schon den Traum gehabt, dass sie Modedesigner werden oder irgendwas mit Mode machen. Und es hat einfach die Möglichkeit so noch nicht gegeben in der Form. Und jetzt mit dem Colleg kann man das halt gut kombinieren, dass man nur die Träume von früher jetzt auch verwirklichen kann und trotzdem nebenbei arbeiten kann. 26 Stunden Unterricht jede Woche müssen die Studenten absolvieren. Schwerpunktthema ist die Produktion nachhaltiger Kleidung. Wir haben eben dann bei der Fliegengitterfirma angefragt, ob wir da was kriegen. Und haben dann sehr viel Ausschussware, also Müll quasi, verarbeiten wir jetzt in unserer hochwertigen Kollektion. Wir haben jetzt tolle Kleider schon designt. Da sind wir schon in der Fertigung, die haben wir schon fertig, die Kleider. Jetzt gilt es noch den Mantel zu produzieren. Am 26. und 27. April präsentieren die Schüler und Studenten ihre Abschlussprojekte in der Brandbox in Salzburg. Danke. 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 Danke.